Mein Name ist Matthias Burhenne. Ich arbeite als Seelsorgerreferent und Männerreferent in einem christlichen Werk im Oberbergischen, dem Forum Wiedernest e.V. In diesem Seelsorgeblitzlicht möchte ich über das große Thema Liebe sprechen. Im Seelsorgeblitzlicht kurz vor Ostern ging es ja um das Thema Konflikte bewältigen und das Ärgerbarometer und von dem großen Gefühl des Ärgers kommen wir heute zum Thema Liebe. Und Liebe ist ein Thema, was ja gerade unter Dichtern oder unter Musikern viel vertont wurde, vielen Gedichten vorkamen und jeder kann jetzt mal überlegen, welche Lieder, welche Gedichte ihm einfallen und was in diesen Gedichten über Liebe ausgesagt wird. Ich habe über dieses Thema schon häufiger in Gemeinden gepredigt und es ist interessant, wenn ich dann eine Umfrage mache und die Leute dürfen kurz mal am Anfang meiner Predigt reinrufen mit der Frage, was macht für dich Liebe aus, was ist Liebe in den Songs, die du kennst, in den Gedichten aus der Gesellschaft, dann rufen die meisten rein und 90 Prozent der Antworten gehen alle in diese Richtung. Liebe ist wunderschön, ein super Gefühl. Liebe ist berauschend. Liebe ist Hummeln im Bauch haben. Liebe ist leidenschaftlich. Liebe ist ein geniales, aber auch komplexes Gefühl, auch schmerzhaftes Gefühl. Und es stimmt, fast überall in der Gesellschaft, heutzutage auf jeden Fall, aber ich glaube, das war auch früher so, wird Liebe gleichgesetzt mit einem Gefühl ausschließlich. Den Punkt halten wir mal kurz im Kopf fest. Ich komme gleich darauf zurück und möchte jetzt mal zur Bibel springen. In der Bibel wird das Thema Liebe ganz viel angesprochen. Man kann sagen, es durchzieht die Bibel wie ein dickes Tau vom Alten bis ins Neue Testament und es wird sehr konkret angesprochen. Im Alten Testament finden wir das Buch der Hohen Lied der Liebe. Ein Buch, wo es richtig ans Eingemachte geht, in die Sexualität, in die Erotik. Wir finden im Neuen Testament die Korintherbriefe, die sehr viel das Thema der Sexualethik ansprechen. Jesus Christus in der Evangelium spricht das Thema Treue in der Ehe an Fremdgehen und behandelt darüber das ganze Thema Liebe auch in der Ehe. Und die Bibel ist wirklich nicht da irgendwie schwach an Beispielen und konkreten Lehrtexten. Zwei Texte sind aber sehr spannend oder zwei Verse, die ich mal kurz hier zitieren möchte. Und ich möchte dich bitten, mal zu überlegen, wenn du diese beiden Stellen jemandem vielleicht auf der Arbeit in der Kantine oder dem Nachbarn sagen würdest und jemand, der diese Stellen noch nicht so gut kennt. Vielleicht merkst du auch, dass du diese Stellen noch nicht so gut kennst und schau mal, was ist schräg, was ist vielleicht komisch an diesen Aussagen. Im dritten Buch Mose, im Kapitel 19, Vers 8 heißt es im Alten Testament, du sollst deinen Nächsten lieben. Du sollst deinen Nächsten lieben. Und im Neuen Testament, im Matthäusevangelium 5, Vers 44, liebet eure Feinde. Liebet eure Feinde. An sich ist das schon mal eine steile Aussage, die Feinde zu lieben. Ich möchte nicht auf dieses weitere Thema eingehen, was in Matthäusevangelium hier angesprochen wird, sondern was haben die beiden Stellen gemeinsam, was eigentlich irgendwie komisch ist. Es ist die Befehlsform. Du sollst lieben. Ja, jemand, der diesen Text zum ersten Mal hört, wird wahrscheinlich recht schnell sagen, hä, Liebe kann man doch nicht befehlen. Liebe ist ein Gefühl, das entsteht, aber das kann auch gehen. Aber Liebe kann man doch hier nicht einfach anordnen. Jetzt glaube ich, dass Gottes Wort Wahrheit ist und dass da tiefe Weisheit drin steckt. Und von daher glaube ich, dass es wichtig ist, darüber nachzudenken, warum ist das in der Bibel so geschrieben? Hier kommt ein ganz wesentlicher Unterschied zutage zwischen dem gesellschaftlichen Liebesverständnis und dem Liebesverständnis in der Bibel. Das gesellschaftliche Liebesverständnis sagt, Liebe ist nur Gefühl. Liebe ist meistens ein wunderschönes Gefühl, ein komplexes Gefühl. Das biblische Liebesverständnis sagt jetzt nicht, Liebe ist gar kein Gefühl, aber es sagt, Liebe ist auch eine Willensentscheidung und manchmal zuerst eine Willensentscheidung und es ist nicht nur Gefühl, sondern es gehört zusammen. Ein Text, der das sehr deutlich macht im Blick auch, wie wir mit Gottbeziehungen leben und in welcher Vielfalt ist im Matthäus-Evangelium in Kapitel 22, Vers 37 zu finden. Da heißt es, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Und wir sehen an dieser Aufzählung, dass es diese zwei Pole gibt. Das Herz und vor allem auch den Verstand. Und das ist gerade für die seelsorgerliche Praxis sehr wichtig und hilfreich. Ein Beispiel, wieder etwas verzerrt aus der Seelsorge, vom Seelsorgegeheimnis her. Ein Ehepaar kommt zu mir in die Seelsorge und ist verzweifelt. Sie haben über die Jahre Konflikte angehäuft. Es ist ihnen nicht gelungen, sie gut zu bewältigen und die Liebe sind, die Gefühle sind erkaltet. Und sie sagen, wir haben kein Liebesgefühl mehr. Es ist weg. Eigentlich wollen wir uns nicht trennen, aber so macht es doch auch keinen Sinn. Und sie sind verzweifelt. Ja, oder ein anderes Ehepaar kommt und der eine Ehepartner, die Frau, ist ganz verzweifelt und sagt, wow, ich liebe nicht mehr meinen Mann. Ich liebe nicht mal mehr meine Kinder. Wenn ich die sehe auf dem Spielplatz, die vier und es ist laut und ah und dann kommen sie zu mir, dann denke ich, ich empfinde nichts mehr. Wichtig ist zu wissen, diese Frau hat einen depressiven Erkrankungsprozess in dieser Zeit gehabt und Depressionen können ein Gefühle wegnehmen. Und sehr wichtig war, in dem Moment, als sie das sagte, sie liebt ihre Kinder nicht mehr, kamen ihr aber ein Stück die Tränen. Und ich konnte ihr zusagen, allein schon durch ihre Tränen, doch, du liebst sie. Und auch wenn du dieses Gefühl gerade nicht erleben kannst, durch die Depression sind dir die Gefühle genommen, merke ich ja, wie eine Willensentscheidung noch bei dir da ist. Du willst eigentlich zu ihnen stehen, du willst ihnen Gutes tun. Und es gibt Situationen im Leben, wo Gefühle verschwinden, durch Konflikte, durch Erkrankungen. Und das Wichtige ist zu wissen, gerade bei Konflikten, man kann hier lernen, wieder positiv über den anderen zu denken. Ja, die Verhaltensforschung hat das sehr gut aufgezeigt. Wenn ein Mensch anfängt, jetzt sich auf die vielleicht fünf oder zehn Prozent guten Anteile seines Partners bewusst mal zu konzentrieren und zu sagen, das macht er doch gut, da gibt er sich Mühe, dann können zumindest erst mal positive Gedanken wieder entstehen. Wenn du dich immer nur auf das Negative, den Streit, den Konflikt konzentrierst, dann wird auch immer mehr negatives Gefühl aktiviert. Ja, und deshalb ist es in der Eheberatung ganz wichtig, neben natürlich den Konfliktfeldern, die man irgendwann ansprechen muss und aufarbeiten muss, erst mal auch zu sagen, denk mal darüber nach, suche in den nächsten Situationen, wo du was Positives beim Partner erlebst. Und dadurch kann, wenn man diese Willensentscheidung trifft, sich schon was Gutes entwickeln. Anders ist es bei Depressionen. Dort muss es in der schweren Depression auch eine gute Behandlung auch mit Medikamenten geben. Das wird gerade bei der schweren Depression durch sich vornehmen, nicht alleine gelingen. Ja, ganz wichtig im ersten Teil dieses Seelsorgeblitzsichtes ist, Liebe, biblische Liebe ist nicht nur ein Gefühl, sondern es ist auch eine Willensentscheidung und es ist eine sehr befreiende Botschaft für das tägliche Leben, für die Ehe, für Konflikte, auch für die Gemeinde oder die Mitarbeiter. Ja, in der Gemeinde muss man nicht alle super lieb haben im Sinne von super sympathisch finden. Das ist nicht der Anspruch, wenn es heißt, du sollst deinen Nächsten lieben. Ja, sehr spannend. Auch bei Jesus sehen wir sogar im Jüngerkreis, dass es unterschiedliche Intensitäten gab. Ja, wie er mit den Jüngern im Gespräch war und über den einen Jünger, es ist der Evangelist Johannes, wissen wir, dass Jesus ihn manchmal so benennt, beziehungsweise Johannes sich selbst so nennt. Ja, der Jünger, den Jesus liebte. Das heißt ja nicht, dass Jesus nicht die anderen liebte, sondern selbst bei Gottes Sohn gab es hier unterschiedliche Intensitäten. Trotzdem ist alles in dem Bereich der Liebe zu seinem Jünger. Und so kannst du deine Gemeinde lieben, findest manche vielleicht sehr sympathisch, andere sind dir etwas schwer im Herz, ja, weil sie vielleicht ganz andere Typen sind. Aber wenn du sagst, ich möchte zu diesem Menschen stehen, ich möchte sie segnen, ich möchte, soweit es meine Fähigkeiten zulassen, in der Not ihnen praktisch helfen, dann lebst du biblische Liebe. Ja, der biblische Liebesanspruch ist nicht, dass du immer ganz begeisterte Hummeln im Bauch hast, Schmetterlinge im Bauch zu jedem Menschen, der dir begegnet. Das ist ganz wichtig als Grundlage. Ja, und ich möchte jetzt in einen zweiten Teil kommen, auch in einen Bibeltext mit euch hineingehen und eine Art Liebestüff mit euch auch durchgehen. Ja, weil in Korintherbrief sehr spannend wir einen Text finden, der uns sehr viele Eigenschaften von Liebe nochmal deutlich macht. Ja, und manche sagen vielleicht, boah, das Wort Liebestüff, also Liebe und Tüff, das passt jetzt gar nicht zusammen. Ich kann das erstmal gut verstehen, wenn ich mit meinem alten Mazda 3 da zum Tüff fahre, dann ist ja meine erste Frage immer, fahre ich zurück oder laufe ich zurück? Haben sie mir die Plakette gegeben oder nicht? Und ich kann mich an eine Situation erinnern, ich fuhr wieder mit etwas bangen Herzen zum Tüff und dann geht ja der Mann da irgendwie in so eine Grube rein und guckt unterm Auto, was ist denn alles so vielleicht nicht in Ordnung? Und dann rief er mich so mit tiefer Stimme, Herr Burhenne, kommen Sie mal in die Grube. Und ich dachte schon, oh, jetzt wird es wieder übel. Ja, und dann sah ich ihn schon mit einem ganz langen Schraubenzieher Richtung eines kleinen Loches und meinem Auspuff gehen. Ja, und danach dachte ich, okay, jetzt hat der Auspuff wirklich ein Loch. Ja, und dann ging er nach vorne zur Bremsleitung und ich sah schon, ja, sie war ein ganz bisschen feucht und ich sah mit einer Zange und dachte, jetzt wird er gleich die Bremsleitung runterziehen und dann spritzt das alles raus. Hat er natürlich so nicht gemacht, aber er zeigte mit der Zange auf die feuchte Stelle und sagte, Herr Burhenne, nicht gut, damit kann ich sie so nicht mehr fahren lassen. Mein erster Impuls war so, oh komm, es ist nur ein bisschen Feuchtigkeit, da tropft es ja noch nicht mal richtig raus. Aber später dachte ich so, tja, wenn ich später mit diesem Wagen bei 150 auf der Autobahn unterwegs gewesen wäre und ein LKW wäre voll vor mir reingeschert und ich hätte auf die Bremse treten müssen, heftig, und es wäre kein Bremsdruck da gewesen und ich hätte nicht bremsen können, dann wäre ich wirklich arm dran, dann wäre ich in einer ganz schwierigen Situation. Vielleicht ärgert der TÜV dich manchmal. Mich, so erlebe ich es, aber letztendlich meint er es gut, er will uns schützen und bewahren und so ist dieser Text im Korintherbrief, vielleicht ärgert er dich gleich, wenn ich ihn vorlese, aber Gott will uns damit Gutes tun, er will uns eine Hilfe geben, konkret zu schauen, wo habe ich denn im Bereich Liebe noch Entwicklungspotenzial nach oben, ganz konkret. Es ist dieser spannende Text im ersten Korintherbrief, Kapitel 13, die Verse 1 bis 8 und wenn ich ihn lese, dann überleg für dich doch mal im Blick auf Menschen auf der Arbeit, in deiner Familie, Verwandtschaft oder deiner Ehe, wie sieht es da bei dir aus? Dort heißt es, wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimmel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse weiß und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich mein Leib hingebe, damit ich verbrannt werde, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles und sie erduldet alles. Soweit dieser Bibeltext aus dem Korintherbrief. Er hat zwei Teile, ich möchte kurz im ersten Teil verharren, da wird sehr, sehr deutlich von Paulus gemacht, was Liebe für eine existenzielle Wichtigkeit hat. Und er nimmt extreme Beispiele. Er sagt, du könntest alle herausragenden Merkmale eines guten Menschen haben, du könntest deinen ganzen Besitz den Armen geben, du könntest dein ganzes Leben hingeben für andere, aber wenn du es nicht aus der richtigen Haltung, aus der Liebe machst, sondern weil du gut dastehen möchtest, weil du ein Held sein möchtest, vielleicht, dass das deine wirklichen Motivationsgründe sind, dann nützt es dir nichts. Paulus ist radikal. Ich habe überlegt, was kann man für einen Vergleich nehmen und ich nehme ein bisschen lustiges Beispiel, was ich mir überlegt habe aus dem Werksgeschehen hier aus unserem Forum Wien. Wir haben viele Dienstwagen, wir bekommen Dienstwagen gespendet. Und ich habe das auch so mal in einer Gemeinde gesagt. Ja, ich habe gesagt, ja, stellt euch vor, jetzt nach der Predigt, ich habe euch ja erzählt, dass wir manchmal Dienstwagen gespendet bekommen und jetzt bekommt einer von euch hier in der Gemeinde den Eindruck, er sollte mir sein Auto spenden. Und es ist kein Auto, was beim TÜV durchfallen würde, sondern es ist gerade durch den TÜV gekommen, zwei Jahre jungfräulich. TÜV, 100.000 Kilometer oder 80.000 Kilometer runter, richtig gut in Schuss. Und du hast den Eindruck, du sollst diesen Wagen spenden. Nicht mir persönlich, sondern uns als Werk vor dem Wiedernest. Und ich bedanke mich und lasse den alten Dienstwagen gleich bei euch in der Gemeinde stehen und fahre jetzt mit diesem schicken Dienstwagen, den du mir gerade gespendet hast, vom Hof der Gemeinde und ruf noch so hinterher. Ja, aber überleg mal, aus welcher Motivation hast du mir gerade und uns als Werk diesen Dienstwagen gespendet? Wenn es nicht eine liebevolle, gute Motivation war, sondern du jetzt ein bisschen stolz darauf bist, dann nützt es dir nichts. Dann ist es wertlos. Und trotzdem fahre ich glücklich mit dem Dienstwagen weiter und winkt dem Mann noch zu oder der Frau. Das würde dich ärgern. Und das war für die Korinther hier eine schwierige Situation, denn die Korinther waren eine Gemeinde, wo es gerade viele Konflikte und Spannungen gab und Paulus hatte selbst dort auch Konflikte und Herausforderungen erlebt und war kritisiert worden. Von daher ist dieser Text hier sehr herausfordernd. Aber Paulus möchte der Gemeinde in ihrer Not helfen. Und deshalb kommt er dann zu einem sehr spannenden Teil. Das ist dieser zweite Teil hier und ich möchte noch mal anhand dieser Flipchart hier durchgehen. Dieser zweite Teil listet jetzt 14 Eigenschaften der Liebe auf. Und es ist spannend, wenn ich die jetzt durchgehe, könnt ihr mal beobachten, die meisten dieser Eigenschaften sind nicht ein Gefühl zuerst, sondern haben mit einer Willensentscheidung zu tun. Ja, und hier fängt Paulus an und ich sage mal, für Korinth, für den Korinther, kannst du jetzt deinen, kann ich meinen Namen einsetzen, kann ich sagen, Matthias, wie sieht es denn aus mit der Langmut? Ein moderneres Wort, Geduld. Wie sieht es aus mit der Geduld? Gerade im Moment in den Corona-Zeiten ist das ja ein riesiges Thema. Geduld nach Einschränkungen auszuhalten. Weil wir eigentlich wissen, dass das andere Menschen rettet. Aber fünf Wochen sind lang, diese Einschränkungen auszuhalten. Geduld ist jetzt gefragt. Die Liebe ist gütig. Wie sieht es aus bei dir mit der Güte? Gibt einen tollen kleinen Test, den man machen kann. Ja, einen Gütetest. Wie gerne gibst du, ohne von der Motivation wieder in eine Schieflage zu kommen, stolz zu werden, zu denken, cool. Vielleicht machst du das. Überlegst du einem Menschen, dem es nicht so gut geht, wo du das weißt, du packst einen 50-Euro-Schein in einen Briefumschlag, du schreibst in verzerrter Schrift oder druckst irgendwie rauf, liebe Grüße und das ist für dich und schreibst nicht einen Absender rauf. Ja, du kannst keine Spendenquittung dafür bekommen. Du packst es in den Postkasten dieser Person. Die wird nie rauskriegen, dass du es gespendet hast. Da merkst du, ob es eine echte, gütige Liebe ist, ob du aus freien Stücken gibst oder ob du doch irgendwas zurückerwartest. Und da schon wieder eine andere Motivation sich reinmischt. Ja, ist so auch so ein kleiner Test. Spende mal jemanden was. Beschenke ihn, ohne dass er weiß, dass es von dir kommt. Die Liebe neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Hier in unserer Werksituation, viele Teams, verschiedene Gruppen in unserer Gemeinde. Ich merke schon manchmal, dass mir meine Meinung doch sehr wichtig ist, dass ich zu sehr auf mich schaue, was ich wichtig finde, was man doch berücksichtigen soll. Die Liebe bläht sich nicht auf. Aufblähen, komisches Wort, er würde schon sagen, ich blähe mich auf. Aber ja, wo versuchst du vielleicht trickig, deinen Willen durchzusetzen? Vielleicht in der Sitzung, weil du besonders gut argumentieren kannst. Und innerlich merkst du, du hörst aber den anderen gar nicht mehr gut zu. Oder ich habe es auch schon in Gemeinden erlebt, dass durch eine Spende jemand seine Idee durchgesetzt hat, weil er mit dem Bauprozess nicht so einverstanden war. Und er hatte zweckgebundene Spende für die Vorhänge, aber nur, wenn sie die und die Farbe oder Art haben. Und da merkt man, oh, schwierig, schwierig, schwierig. Die Liebe benimmt sich nicht unanständig. Es geht um das Thema Treue, Ehrlichkeit. Das große Thema, nicht nur für Männer, aber besonders für Männer, Umgang mit dem Internet. Nicht auf die falschen Seiten zu kommen. Wo Frauen, Sex, Sklavenen, also wirklich Menschen, rechtsverletzende Dinge zu sehen sind. Und gerade in diesen Corona-Zeiten ist die Klickhäufigkeit auf Pornoseiten extrem leider hochgegangen. Das zeigt, wow, in der Krise wird man schwach. Gerade wir Männer oft. Und völlig zu Recht sind die Frauen schockiert. Die Liebe benimmt sich nicht unanständig. Zieh dir einen Filter rauf, einen Sicherheitsfilter, dass du gar nicht erst auf solche Seiten gehen kannst. Die Liebe sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Wer würde schon sagen, es geht nur um mich und ich bin jetzt bitter, weil das und das nicht. Aber vielleicht merkst du schon in der Gemeinde oder auf der Arbeit, wie du gewissen Leuten ausweichst. Du bist eigentlich doch bitter, wenn du ehrlich bist. Und bewusst nicht zu der Zeit in die Kantine gehst, weil da sitzt ja vielleicht Kollege sowieso. Oder dich bewusst in der Gemeinde nicht in die Nähe von der und der Person setzt. Ändere das. Sei mit Gott da im Gespräch. Die Liebe versucht aus der Verbitterung rauszukommen. Die Liebe rechnet Böses nicht zu. Und sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern mit der Wahrheit. Wie sieht das aus bei dem ganzen Thema hier Ungerechtigkeit? Es war für mich so der Punkt, wo ich bei dieser Aufzählung dachte, okay, das fällt mir noch am leichtesten. Ja, aber Hand aufs Herz. Ja, ich freue mich nicht über Ungerechtigkeit, aber trete ich denn auch für Gerechtigkeit wirklich ein in unserer Gesellschaft? Ja, das ist dann die andere Frage. Ist meine Liebe so, dass ich dann sage, hier setze ich mich für andere Menschen ein, die ungerecht behandelt werden. Hier investiere ich mich. Und dann schließt Paulus mit so einem Vierklang ab, der wirklich heftig ist. Ja, da schreibt er, die Liebe, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Und spätestens an der Stelle denkt der eine oder andere, wow, Paulus, also dann bin ich hier nur noch Opfer. Dann, wo bleibe ich dann noch? Hier ist es wichtig, diesen Text im Zusammenhang des Briefes sich auch genau anzusehen. Paulus kann nicht gemeint haben mit dieser Aussage, sie erträgt, glaubt, hofft und erduldet alles, dass man passiv, schweigend, halb depressiv alles hinnimmt. Sonst hätte er diese Briefe gar nicht geschrieben. Denn er hatte in dieser Gemeinde mit Einzelnen und Korinnen Konflikte und wusste, dass er von Einzelnen auch kritisiert wird. Und er zieht sich nicht schweigend zurück, sondern er schreibt diese Briefe sehr aktiv. Aber in diesem Schreiben erträgt er das wahrscheinlich wieder manche Mühe über ihn Lächeln. Er glaubt, trotz vieler Schwierigkeiten, dass es wieder besser werden kann. Er hat eine Hoffnung für diese Gemeinde in Korinth, wo es ziemlich drunter und drüber ging. Sexualethisch, mit Angeberei, Besitz, sich zur Schau stellen. Da war eine Menge unterwegs in Korinth, was nicht gut war. Und erduldet es, vielleicht wieder eine Kritik zu bekommen. Paulus' Liebe zeigt sich in einer aktiven, hingebungsvollen Form, die hofft in diesen Briefen. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Die biblische Liebe hat etwas sehr Aktives, hat etwas Helfendes, hat etwas, was auch bereit ist, wieder verletzt zu werden, sich hinzugeben. Paulus hat das sehr deutlich sogar in einem anderen Korintherbrief, im zweiten Korintherbrief gesagt. Dort heißt es, denn aus viel Drangsal und Herzensangst schrieb ich euch mit vielen Tränen, also es hat mit ihm auch was gemacht, nicht damit ihr traurig gemacht würdet, sondern damit ihr die Liebe erkennen möchtet, die ich besonders zu euch habe. Ich möchte zum Schluss kommen. Dieser Text ist für mich wie ein Leuchtturmtext. Ein Leuchtturm erreicht man ja nie wirklich, sondern er gibt Ausrichtung. Und dieser Text gibt Ausrichtung für mich. Und ich weiß, ich werde nie diese ganzen 14 Aspekte der Liebe alle gleichzeitig im Griff haben. Aber dieser Liebestüft, den Paulus uns hier vorstellt, der gibt mir die Chance zu schauen, in welchen der Punkte habe ich denn Entwicklungspotenzial? Wo muss ich gucken, dass ich ein Stück versuche, mich zu verändern? Vielleicht ist es bei dir das Thema Langmut, in deiner Gemeinde oder in deiner Familie. Vielleicht ist es das Thema Güte, gerade jetzt, wo du merkst, oh, vielleicht Kurzarbeit, das wird alles mit den Finanzen schwieriger. Ich würde dir Mut machen, mit Gott darüber im Gespräch zu sein, wo er dich im Thema Liebe ein Stück weiterbringen möchte. Dieses Seelsorgeplitzlicht hat dir hoffentlich gezeigt, wie vielfältig Liebe ist. Und nochmal, biblische Liebe ist nie nur ein Gefühl, sondern es ist immer auch eine Willensentscheidung und es ist etwas sehr Befreiendes. Im nächsten Seelsorgeplitzlicht wird es um das Thema Geduld gehen. Ja, wir haben es hier schon angesprochen, aber in diesen schwierigen Zeiten ist, glaube ich, das Thema Geduld ein ganz spannendes, wichtiges Thema. Und von daher möchte ich in gut einer Woche zu diesem Thema sprechen. Und ich möchte denjenigen, die vielleicht sagen, Mensch, ich würde gerne auch mal was für so ein Seelsorgeplitzlicht in meiner Arbeit hier spenden, die Möglichkeit dazu geben. Auf der Folie wird die Kontonummer unseres Werkes angezeigt und das Betreff für die Seelsorgearbeit hier in Wiedernest zu spenden. Herzlichen Dank für alle Spender und Gottes Segen, wenn du mit Gott im Gespräch bist darüber, wie es bei dir mit der Liebe aussieht. Alles Gute!